Ja, und damit hallo und herzlich willkommen alle crazy dudes hier zurück zu Run, also zum zweiten Teil von Run, Run 1 ist das noch, was wir jetzt spielen. Beim letzten Mal waren wir gekommen bis Level 28, Level 27 hat uns jetzt ziemlich viel Schwierigkeiten bereitet. Und ja, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich sagen, dass wir jetzt gleich mal anfangen und einfach uns ins Güte mischmeißen. Weiter geht's, ich hatte das hier nur pausiert. Genau, hängen die Aufnahmen auch gleich hin ran, also wundert euch nicht, dass ich die gleichen Klamotten trage, dass die Belichtung gleich ist. Auch wenn meine Belichtung hier eh nicht so geil ist. Aber das ist bestmöglich, wie ich das momentan beleuchten kann. Und hab halt kein Budget, keine Softboxen oder sowas. Also hoffe ich, dass es euch nicht allzu sehr stört. Aber das ist ja auch nur die kleine Facecam, die sowieso irgendwo in irgendeiner Ecke ist und sowieso eigentlich kein Schwein praktisch interessiert. Also, oh Gott, das sieht ja schon spaßig aus hier. Zack, 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 zauberballer. Uppballer, Uppballer, Uppballer. So, das ist jetzt Level 9. Das waren Sie, oder was das dachte ich jetzt? Zack, das sieht ja echt schon. Ober, zack und rüber. Nein. Da verfehlen wir das Ziel. Zack, zack, zack. Mann, oh Mann. Hopp. Es gibt ja immer diese langen Teile hier. Also diese langen, äh, ne? Woran drauf laufen kann, versteht sich. So. Und die muss man einfach nur immer finden. Und dann müsste das auch laufen. Aber das finden ist halt nicht immer ganz so einfach. Oh, nee, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Es ist mir aber auch warm hier mit den ganzen Lampen, die ich ja auf mich gerichtet habe. Ich mache gleich mal das Strip-Let's-Play hier. Kann ich mir hier ausziehen. Nein, oh, nein. Aber das will, glaube ich, keiner sehen. Also, weiter geht das hier. Ich bin aber auch ein crazy Dude, Mann, oh Mann. Das sind diese Level, die ich einfach nicht hinbekomme. Wie gesagt, wie immer, Link ist in der Videobeschreibung. Dass ihr das auch gerne mal auszusetzen könntet, ist ein Freeware-Browser-Programm. Also, wenn ihr mich gucken könnt, dann könnt ihr dieses Video gucken. Dann habt ihr Internet. Dann könnt ihr auch dieses Spiel spielen. Also, steht dem eigentlich nichts mehr im Wege. Es sei denn, ihr guckt es gerade auf ein Mobile-Device, auf einem Handy, auf einem Tablet oder so. Darauf könnt ihr es selbstverständlich nicht spielen. Aber ansonsten von PC, je gleicher Baureihe, es spricht nichts dagegen. Zack, 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 zack. Zack, links, rechts. Oh Gott, diese. Und dann ich. Alter, Esel hier mit der Links-Rechts-Schwäche. Nein, habe ich natürlich nicht, aber... Ja, da haben wir es geschafft. Jo, 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 jo. Oh Gott, jetzt finde ich die Falters hier nicht. Oh, das sieht ja spannend aus. Und die Farbe switcht von Grün langsam rauf zu Gelb. Schön, schön. Wie findet ihr dieses Design dieses Spieles? Ich mag das ja. Ich finde, das ist ein schönes Spiel. Steuert sich gut. Alles wunderbar. Level 31 sind wir jetzt schon. Echt Knorke. Zack, zack, zack. Finde ich ja mal die schönsten, irgendwie so ein Muster ergeben. Oder so die Level. Da finde ich richtig toll. Zack, zack, zack. Zack. Vielleicht sag zu viel zack glaube ich, ne? Ich sag jetzt einfach immer bumm, 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 bumm. Es ist aber auch schwierig sich hier zu konzentrieren und dabei noch zu blabbeln. zu blabbeln, zu palabern, was auch immer. Ich war noch nie ein Mann des Wortes, aber ist es ja trotzdem interessant. Level Complete, Level 33. Ich weiß auch nicht, was ich gerade für eine Scheiße habe hier. Es tut mir leid für alle Sinnlosigkeiten, die sich aufgrund meines falschen Sprachgebrauches ergeben hier ereignen. Das ist dieses Konzentrieren. Es ist nicht meine Stärke. Das kann man gar nicht anders sagen. Und wieder rauf. Und wieder rauf. Nein, da falle ich jetzt nicht. Zack, zack, zack. Ich wollte bumm sagen. Bumm, 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 bumm. Bummm, bumm. Doligon. Doligon. Bumm, bumm. Konzentration. BOOM... Ich weiß auch nicht wie das er machen soll jetzt... Echt doch mal... Ich weiß nicht... Was ich machen soll... Boaaah... Ja, 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 ja! Trololololololololololololo Level 34 Boom, clap Sound... Zack Zack Boom, Boom, Clap Boom Clap Checker, checker, checker. Und da würde ich sagen, Pause. Ja, wie es weitergeht, das werdet ihr sehen im dritten Teil, wenn es denn noch einen geben sollte. Vielleicht, je nachdem es euch gefallen hat, wir sind jetzt bei Level 34, glaube ich. Wie immer würde ich mich freuen über einen Like, einen Daumen nach oben, da unten irgendwo unter dem Video. Link steht in der Abo-Box, dass ihr das nachspielen könnt auf dem Computer. Und ja, wie gesagt, Like, Abo, Favorisierung, Teilung, alles erwünscht, alles gern gesehen, Bewertung, konstruktive Kritik, vielleicht zur Facecam, gut, ich weiß, dass es hier nicht perfekt ausgeleuchtet ist, tut mir leid, aber das ist alles noch in Arbeit. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und würde sagen, bis dann, macht's gut. Ach was, macht's besser. In diesem Sinne, tschüss, tschau. Danke. Ciao. Vielen Dank.